Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein 3D Okay, und wir fangen jetzt an mit der Folge 21. Wir sind hier in welchem Level? Get Psyked Psyked Wir sind hier im Level 7. Genau da waren wir. Und jetzt kommt die Überraschung. Die Mina ist ja hier. Wer auch Eurotrack-Simulator verfolgt, der hat sie wahrscheinlich schon gesehen oder weiß ich nicht, wie das hier zu sein passt. Aber die ist jetzt hier und die soll jetzt mal sich da ein bisschen Psyken lassen. Und jetzt spielt nämlich die Mina und dann haben wir noch die Facecam angemacht, damit ihr dann alles sehen könnt, wie die sich fürchterlich erstellt. Okay, dann gehe ich los. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, mach mal Escape. Genau. Und dann gehst du auf Speichern. Und dann gehst du auf, wo du willst, da unten. Ja, mach mal das hier. Genau. Auf Z. Ja, amerikanische Tastatura. Genau. So, jetzt. Ja, hast du. Okay. Und jetzt machst du mal F8. Und dann machst du das nochmal. Z. Genau, jetzt hat er sich das gemerkt. Und dann kannst du mit F8 den bestimmten Speichern machen. Na, wunderbar. Ja, jetzt. Lass dich töten. Wollen wir mal ein paar braun Gekleideten in den Allerwertesten treten. Was sehen wir? Erstmal zum Gehen. Ach, nee. Ach, sieh einer an. Was für ein Zufall. Was ein Anfängerglück. Gleich die fetten Punkte und ein Extra-Leben. Du musst doch immer gleich alles übertreiben, wa? Tja, wer kann, der kann. Puh. Schlei, mal in Wettbewerb. Da hat einer aber eine tüchtige Ergeltung. Ja. Du bist satt. Du bist natürlich satt, weil du ja gerade so ein extra-Kilch gekriegt hast. Ja, nun. Ich hoffe, du hast alle bisherigen Folgen geguckt, damit du dann auch überhaupt spielen kannst. Ja, selbstverständlich. Angst nicht direkt, aber Verwirrung macht sich breit. Ich hab, ich hab ja schon, ähm, das meiste erledigt hier im Level. Deswegen ist das für dich jetzt wohl nicht so gefährlich, weil du musst es auf relativ viele Leichen straßen. Den Schlüssel hast du schon gefunden. Du musst dir jetzt noch die entsprechende Tür lassen. Hier haben wir doch angefangen, oder? Ja. Äh, irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich hier schon war. Ja. Vielleicht hat die andere Tür. Ne, da, da. Ja, die vielleicht. Nö. Sackgasse. Da war schon jemand und hat fürchterliches Gemetzel angerichtet. Aha, aber ich glaube, mich zu entsinnen, dass es hier eventuell weitergehen könnte. Du kannst dich doch gar nicht entsinnen. Du kannst doch nicht verraten, dass wir das vorhin schon mal vorgeführt, vorgeprüft haben. Ähm, ja, wir haben vorhin schon mal reingeguckt, damit die Mühle überhaupt zurechtkommt. Jetzt erinnert sie sich daran, verdammt nochmal. Wir hätten einen anderen Level nirgendwo. Ja, vielleicht. Was nichts daran ändert, dass ich mich hemmungslos verlaufen habe. Sie verlaufen mich jedes Mal. Ich denke, ich bin mir sicher, dass sie zu Hause mal totlachen oder gähnen vor Langeweile. Aber ich habe schon wieder die gleiche Mühle. Ja, ich weiß, es ist angeboren. Naja. Allerdings hast du ja jetzt zur Abwechslung mich dabei. Dann kannst du dich zur Abwechslung auch mal auslachen lassen. Eben. Ah, nee, nee. Keine Geheimtüge für die Mühle. Nee. Alles nix. Bitte what? Ja, hier ist nix. Nee. Ich fühle mich hier stark veralbert. Ja. Das sind nämlich Geisterlevel. Die verändern sich nämlich jedes Mal. Wenn die Töne aufpassen, sieht das so aus. Wenn du die nächstes Mal aufpassen, ist das nämlich anders. Zumindest kommt mir das immer so vor. So. Ich nehme dich jetzt einfach mal beim Wort. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war so gütig von dir. Ich weiß. Oh. Ah, wunderbar. Ente. Ja. Und den Fahrstuhl. 100% getötet. 100% der Geheimgänge. 100%... Ja, mehr waren nicht abzuholen. Das hast du gut gemacht. Oh. Ich hab da ja gar nichts mit zu tun. Vorsichtig. Ja. Ja, 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 ja. So. Get Psyched. Psyched. Also wirklich. Ja. Ja, ich weiß, Englisch ist schwer. Ich würde jetzt mal sagen... Wir speichern mal. Nee, nee, nee. Ach so. Bei Escape, wir machen das jetzt anders. Ja, bitte. Ähm. Und zwar nehmen wir das da oben. Wir nennen das dann auch anders. Und dann schreibt mal Anfang Level 8. So ist besser. Zack. So, jetzt musst du aber nochmal... Schon klar. Äh, Moment mal. Nee, so. So rum. Ja. So, save. Jetzt gehst du wieder bei deinem Nealer hin. Jetzt darf ich wieder... Set. Genau. Und? Juhu. Juhu, es funktioniert. Lass dich erschießen. Ah. Denk dran, danach kommt Level 9. In Level 9 kommt der Endgick. Guck mal, da hast du schon direkt so eine abgeschlossene Tür. Du hast doch kein Klösser. Ja, ja. Du hast ja nichts los. Ja. Die sind auch leicht braun angehaut. Ja. Ganz klein bisschen. Wobei... Wenn die da so liegen, sehen sie eher, äh, leicht bekleidet aus. Auf die Idee war ich ja nochmal. Ja, komm. Nee, nee. Da liegen nur noch die Helde. Hm. Die Munition eingesammelt? Ja. Nee. Natürlich. Nein. Nein, hast du nicht. Du hast mich abgelenkt. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ich beugier da die Munition noch. Ja, genau. Das ist recht wichtig. Ja, ich bin... Gibt ja genug. Gibt doch genug. Hier ist aber nichts als Munition. Ich würde hier die Wände absappeln. Bin ich doch bei. Ja, aber du darfst sie nicht zu steil. Dann funktioniert das nicht. Also, als ich das früher mal gespielt habe, vor vielen Jahren, Anfang der 90er, da habe ich teilweise alle Wände abgegrast. Alle. Und das will ich hier den Zuschauern nicht antun. Also, das würde ich mir auch nicht angucken wollen. Ab und zu mal, wenn's nötig ist, aber so alle Wände abgrasen. Das ist ja alle tot gemacht. Aber selbstverständlich. Das war ich eigentlich so blöd. So. Na, das stimmt mir nicht. Ist gar nicht so leicht, ne? Jedenfalls nicht, weil man so hektisch spielt wie ich. Ich habe übrigens auch schon angekündigt, wenn diese Serie, dieses Wolfenstein auf Interesse stößt, dann will ich die ganze dritte Episode komplett durch das Fischcamp spielen. Weil ich verschränke mich manchmal nämlich ganz schön zum Beispiel zum Zutaten. Und wir können dir vorstellen, dass es manchmal ganz drückig aussieht. Und das möchte ich euch nicht unbedingt vorenthalten. So, dann zitter dich mal satt hier. Du hast es nötig. Eindeutig. Genau. 99 Prozent. Lass dein letztes Verbandkitzchen mal lieber stehen. Für ein Prozent nur unter den... Ja, aber ich brauch die Krone. Ja, natürlich. Dahinten ist noch Munition, aber du bist satt. Ich hab alles. Ich würde speichern. Das wäre vielleicht gar nicht so unsinnig. Sonst steht da einer vor der Tür und macht die alle hin. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, ne? Ja, einen Schlüssel. Schlüssel wäre gut. Ah ja. Waschbecken. Das Führer ist Waschbecken. Hier wäscht sich der Führer noch persönlich. Ja, wie kotzt der Führer noch persönlich? Das ist... Wo kommt der denn her? Irgendwie aus heiterem Himmel. Ich würde jetzt das letzte... Paket! So ein Mistmuckel. Wo kommen die Sausäcke alle her? Das ist echt gemein. Einfach so. Von hinten herangeschlichen. Denk dran, 20 Prozent ist jetzt ein bisschen mehr Buller. Nein. Ich würde jetzt erstmal die... Erstmal. Hm. Nee. Äh, Moment mal. Doch. Darum. Äh, war das hier? Ich glaube. Ja. Ja. Genau. Naja. 45 ist jetzt auch nicht so der Hit, aber besser als wie nix. Als wie nix. Wie als nix. Weißt du, was das Blöde ist? Wenn du das so richtig in den Arsch machst, ne? Und wenn du jetzt hier gleich fertig bist und dann so wieder weiterspielen, hast du ein Prozent und ein Schuss Munition, dann sage ich herzlichen Dank. Ich muss dann versuchen, die Karre wieder aus dem Markt zu ziehen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Da kannst du als Kanalinhaberin mal richtig zeigen, was du kannst. Äh. Die wissen schon alle, dass ich das nicht besonders gut kann. Aber ich bemühe mich. Das stand auch immer in meinem Zeugnis. Von allen Arbeiten. Ich stets bemüht. Hat mich stets bemüht. Ja, hab ich auch. Ui, hier waren wir doch eingekommen. Aber da hinten rum noch nicht, ne? Ich glaube auch. Hier ist nichts. Ganz viel nichts. Nichts und davon ganz viel. Davon brauchst du einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Dann geh doch mal eben den Schlüssel holen. Mal eben. Ja. Also. Munition habe ich genug. Hier ist der Anfang vom Level. Na immerhin. Und offensichtlich geht's hier auch, äh. Hier ist noch einiges. Du musst aufpassen. Bei solchen Nischen stehen manchmal irgendwelche Hunden. Aber hier haben sie nur Kotzkübel stehen. Ja, ich würde höchstens mal das Bild drücken da. Ähä. Noch eine verschlossene Tür. Also, andere Seite. Die machen's einem aber auch nicht leicht. Nö. Das ist Level 8. Das ist der vorletzte Level. Der letzte Level ist dann wahrscheinlich wieder nur ein großer Raum mit einem Endgegner. Oh, das wird interessant. Ja, es hat mich erwischt. Ja, es hat dich erwischt. Nee, die Pistole will ich nicht. Die ist doof. Escape. Spielladen. Deine letzte Speicherung, die da heisst Nida. Ja. Da, wo du das letzte Mal gespeichert hast, wie der Anfang, nicht wahr? Ja, es hat mich gepsychert. Das, was am meisten anärgert ist, dass du den ganzen Weg neu suchen musst, ne? Ja, den weiß ich doch noch. Okay. Lass dich überraschen. No, da war ja nix. Da war kein oller Schlüssel. Da will ich nicht hin. No, hier an den Nacki, da ist vorbei. Weißt du, bin ich wirklich noch? Nie im Leben. Aber sicher. Ach ja. Ach ja. Ja, ich wollte nochmal schauen, ob du dich auch erinnerst. Natürlich, ist mir schon klar. Aber weißt du, woran ich mich erinnere? Ich erinnere mich daran, dass du jetzt doch bitte mal eben abspeicherst. Ja. Und dann mal erstmal gar nix machst, denn wir sind am Ende der Zeit an. Ach herrje. Na gut. So sei es. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne klick, ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Wolfenstein 3D und die Mila kriegt Krügel. Wenn sie will, macht sie noch ein bisschen weiter. Ich glaube, die hat schon so einen Stift in der Buchse. Ja. Okay. Ja. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.